Massive Preiserhöhung für Rentner im Jahr 2024. Rentner müssen für faulen Haushaltskompromiss der Bundesregierung bluten. Essen, Strom, Gas werden wieder teurer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung hat ja am 13.12. in einer ganz großen Regierungserklärung chlorreich verkündet, dass man einen Kompromiss für den Bundeshaushalt 2024 gefunden hat. Und nun sickern so nach und nach die Informationen durch, wie dieser Kompromiss aussieht, meine Damen und Herren. Und der treibt mir wirklich die Wut ins Gesicht. Ich bin massiv verärgert über die Frechheit, die sich die Bundesregierung hier hat einfallen lassen. Es wird de facto für uns alle teurer. Und für die Ärmsten der Armen, für Rentnerinnen und Rentner und für Menschen, die Minijobgehalt haben oder Mindestlohn verdienen, wird es ganz, ganz schlimm werden ab 2024. Essen, Strom, Gas und andere Dinge werden schlicht und ergreifend teurer, damit die Finanzlöcher, die im Haushalt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden sind, gestopft werden. Und letzten Endes ist es so, sie müssen wir alle dafür bluten. Und die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte des Haushalts geeinigt. Unter anderem sieht es Einsparungen in Milliarden vor. Ja, also das hört sich richtig toll an, dass wir der Sparweltmeister der Nation sind. Andere Länder hängen uns aber ab und investieren unheimlich viel Geld in Bildung, in die Wirtschaft, in andere soziale Projekte. Und bei uns in Deutschland wird einfach immer nur gespart und nichts investiert. Wir sehen es ja auch zum Beispiel in Halle an unseren Straßen. Wir sehen es auch an den vielen Ecken, wo zum Beispiel Tafeln sind und Menschen da Essen holen müssen, weil sie letzten Endes Lebensmittel in Deutschland nicht mehr mit ihren kleinen Renten bezahlen können oder Bürgergeldempfänger, die das auch nicht mehr können. Meine Damen und Herren, das ist aus meiner Sicht schon ein starkes Ding, was hier Scholz, Habeck und Lindner vorhaben. Und zwar bei Strom, Gas, Öl, Benzin und Diesel sollen wir wieder draufzahlen. Das heißt also, die CO2-Besteuerung soll dann mit einem Sprung von knapp 30 Euro die Tonne auf 45 Euro die Tonne hochgehen. Das heißt also, die Preise kommen direkt bei uns an. Dann werden Netzentgelte steigen, Diesel wird teurer, Benzin wird teurer, Strom wird auch teurer, weil wir natürlich die Netzentgelte haben. Und damit wird natürlich auch das Essen, die Lebensmittel werden auch teurer. Und auch betroffen davon von dieser Kürzungsorgie oder sagen wir auch von der Steuererhöhungsorgie, sind Agrar- und Landwirtschaftsunternehmen. Die werden nämlich hier auch mehr zahlen müssen oder denen werden entsprechende Subventionen einfach weggenommen. So hat Verifox zum Beispiel schon mitgeteilt, dass hier sich Benzin- und Dieselpreise deutlich anheben werden. Die Netzentgelte werden beim Strom sich de facto verdoppeln. Ja, und meine Damen und Herren, die Bild-Zeitung, man kann ja von dieser Zeitung halten, was man will, bringt es auf den Punkt. Die Bild-Zeitung schreibt, sie tricksen einfach weiter, meine Damen und Herren. Und ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal, wer hier die großen Trickser sind. Denn die Trickser haben natürlich auch ein Gesicht, meine Damen und Herren. Das ist ein Beitrag zu diesem Video, den ich nach Veröffentlichung des Videos auch noch ins Netz stellen werde. Das sind unsere Volksvertreter, das sind Mitglieder unserer Bundesregierung, allen voran der Bundeskanzler Scholz. Aus meiner Sicht einer der ganz großen, ich sage es jetzt mal ganz offen, Versager dieser Bundesregierung. Ein Mann, der nichts zu sagen hat, der eigentlich im Grunde genommen nur schweigt. Und hier Christian Lindner, der es ja auf seine FDP-Fahne geschrieben hat, dass es mit ihm keine Steuer- und Abgabenerhöhung geben wird. Und genau das hat er letzten Endes nicht eingehalten. Er wird definitiv hier Wortbruch begehen. Die Menschen werden sich das, Herr Lindner, das wissen Sie auch ganz klar und eindeutig merken. Zu Herrn Habeck muss man nicht viel sagen. Es werden Steuersubventionen für die Solarindustrie weggenommen. Also, meine Damen und Herren, was bedeutet das im Detail mit den Trickser rein? Ja, hier gucken Sie sich bitte nochmal die Herrschaften an, damit Sie das immer vor Augen haben. Ich halte mich normalerweise mit diesen Dingen eigentlich zurück, aber mir treibt es wirklich die Wut in das Gesicht, wenn ich höre, was hier los ist und was wir hier alles mehr bezahlen müssen. Was das auch für Folgen für unsere Rentnerinnen und Rentner hat, wo wir ja schon wissen, dass ungefähr 4 bis 5 bis 6 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Altersarmut leben. Also, beim Gas gibt es eine Erhöhung um 17 Prozent, Mehrkosten 370 Euro im Jahr. Bei Heizöl Mehrkosten 100 Euro, Mehrkosten im Jahr beim Musterhaushalt ungefähr, Musterhaushalt sagt beim Gas zum Beispiel 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch. So, Spritpreis, Benzin verteuert sich um 4,3 Prozent über Nacht. Das heißt also, wir werden im Januar dann höhere Spritpreise haben, wegen der Anhebung des CO2-Preises. Der Dieselpreis wird um 4,7 Cent im Jahr 2024 sich gegenüber 2023 verteuern. Sie dürfen auch eins nicht vergessen, auf diese erhöhten Preise müssen wir natürlich dann auch höhere Mehrwertsteuer zahlen. Also, ganz zur Freude des Herrn Lindner, der uns hier alle schlicht und ergreifend belogen und betrogen hat. Die Netzentgelte, Wegfall des Zuschusses, des Bundeszuschusses bedeutet, Übertragungsnetzbetreiber gehen aktuell von 6,43 Euro Cent pro Kilowattstunde Strom aus, statt 3,12 Euro Cent. Das heißt, eine Verdopplung der Netzentgelte, damit Mehrkosten im Jahr, nur bei den Netzentgelten im Strompreis 60 Euro. Meine Damen und Herren, das ist schlicht und ergreifend unerträglich. Und die größte Frechheit ist ja, dass sich deswegen, weil sich Strom, Gas, Wärme, Benzin verteuert, also auch Fernwärme wird sich verteuern, werden die Lebensmittelkosten in Deutschland auch wieder steigen. Denn die Lebensmittelhersteller, Agrarunternehmen und auch das Transportgewerbe, was machen die denn? Die werden natürlich die Preiserhöhung an uns Endkunden weiterreichen. Und diese Streichohrige der Bundesregierung kennt offensichtlich kein Ende. Steuervergünstigungen für Land- und Forstwirtschaft sollen wegfallen. Die Erstattung von Energiesteuer auf Kraftstoffverbrauch soll für Agrarunternehmen gestrichen werden. Damit wird auch deshalb mit einer Preiserhöhung im Lebensmittelbereich zu rechnen sein. Wir werden es ja dann im nächsten Jahr sehen. Und ein ganz großer Skandal aus meiner Sicht, mir blutet da wirklich das Herz, dass wieder bei den Ärmsten gespart wird. Die Bürgergeldprämie 75 Euro für das Lernen soll gestrichen werden. Wir haben in Deutschland 1,2 Millionen Bürgergeldempfänger, die wirklich keine Schulabschlüsse haben. Wir wollen doch die in Lohn und Brot bringen. Dazu müssen wir denen doch das Rechnen, Lesen und Schreiben beibringen. Wir kommen doch gar nicht umhin über diesen Weg. Wir können nur diesen Weg wählen, um die Leute in Lohn und Brot zu bringen. Wir können nicht über Sanktionsdruck, über massiven Sanktionsdruck die Leute sozusagen in Arbeit bringen. Das hat schon mit Hartz IV nicht funktioniert und wird auch jetzt bei Bürgergeld, wurde ja auch angekündigt, dass die Sanktionen ausgeweitet werden sollen, auch nicht funktionieren. Dann bin ich mir recht sicher, wir können es nur so probieren, dass wir versuchen, die Leute zu motivieren, dass wir sagen, okay, wir haben was für dich, lerne dann. Wenn er es dann nicht macht, dann muss man natürlich Sanktionen machen. Aber letzten Endes die 75 Euro hier zu streichen, das ist ein absoluter Witz. Die Ampelregierung will insgesamt im Bereich Bürgergeld, so habe ich gelesen, bis 3 Milliarden Euro sparen. Lindner und Co. wollen wieder bei den Ärmsten sparen. Lindner und die CDU sind sich offensichtlich einig, dass man hier Geld im sozialen Bereich einsparen muss. Da frage ich mich ganz ehrlich, lieber Herr Lindner, warum holen Sie sich nicht eigentlich auch ein bisschen Geld von den Superreichen in diesem Land? Ja, wir wissen ja, dass die Superreichen wirklich richtig viel Asche auf dem Konto haben und da können wir doch auch mal ein bisschen was ranholen. Aber offensichtlich wollen Sie das nicht und Sie haben dann auch Angst davor, dass Sie von Ihrem Klientel eins auf den Kopf kriegen. Ja, so muss man es einfach sagen. Also meine Damen und Herren, das hier ist das Bild, was ich sehe letzten Endes, was wieder zunehmen wird und was zugenommen hat. Die Menschen stehen vor der Tafel und wollen was kostenlos essen, weil sie sich Essen nicht leisten können. Und das ist ein Skandal in Deutschland. Das darf es einfach nicht geben. Und diese ganze Streichungs- und Erhöhungsorgie geht wieder zu Lasten von uns, Ihnen, Millionen Rentner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich, Minijobber und so weiter. Meine Damen und Herren, das natürlich geht auch die Kürzungsorgie letzten Endes zu Lasten des Kleinen und des Mittelstandes, weil die letzten Endes dafür auch wieder zahlen müssen. Ich sage, Bundesregierung, schämt euch, es reicht, treten Sie endlich zurück, machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.